Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Alex, ihr seid auch auf dem Channel Free of Dem und das ist nur ein kurzes Infovideo, denn ich muss sagen, ich bin im Begriff krank zu werden und letztes Mal hat es auch vor allem meine Stimme sehr stark erwischt, jetzt leidet er, ähm, jetzt leidet er meine Nase drunter, also ich bin verstopft, wie sollst du was, deswegen weiß ich nicht, wie viele Videos dieses Wochenende kommen werden und ob ich in der Lage bin aufzunehmen, weil ich mich einfach da schonen muss und ich auch, das ist halt einfach nicht angenehm, ein mit Schnupfen bei mir hin. zuzuhören, es gibt auf jeden Fall ein bisschen was, was wir jetzt noch anschauen müssen in Sunrise und ich wollte mich auch noch bei euch für das positive Feedback auf die Gewinnspielauflösung bedanken, dass ihr das so gut verkraftet habt und, äh, klar, wir haben jetzt insgesamt 11 Abonnenten verloren, ist ein bisschen schade, aber lieber verliere ich solche Leute, welche eh nur wegen dem Gewinnspiel abonniert haben, als dass, äh, als dass sie, weil sie ja Teil des Kanals sind, deswegen, ich freue mich, wenn ich Leute unterhalten kann und mache das ganz friedlich, fröhlich, ohne irgendwelchen bösen Hintergedanken und jetzt mache ich mir den Tee, um mich ein bisschen auszukurieren, ich habe jetzt eben noch den, ähm, Tippstream-Tutorial aufgenommen, das sollte gestern gekommen sein, da habe ich gemerkt, dass es einfach echt nicht mehr geht mit, mit Aufnahmen länger als drei Minuten und ja, ich hoffe, ich werde schnell wieder gesund und kann für euch Videos machen, tut mir leid, ich kann darüber nicht entscheiden, ich würde ganz gerne aufnehmen und streamen, aber jetzt gerade bei der Verfassung geht das nicht, ich hoffe, ihr könnt das verstehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich wieder gesund im nächsten Video, haut rein!